Sie ist mehrfach Unternehmerin, Biobäuerin und aktuell auch die Nummer 2 der österreichischen Grünen bei der kommenden EU-Wahl. Sarah Wiener als Fernsehköchin, weltoffen, aber teils auch polarisierend. Fast genau zwei Monate vor der Wahl werden wir viele Themen jetzt miteinander besprechen. Vielen Dank für den Besuch im Studio. Ja, sehr gerne, Herr Koller. Ja, beginnen wir mit dem viel diskutierten Gut-Care-Code in Brandenburg. Ungefähr eine Stunde nordöstlich von Berlin. Schon kurz vor der polnischen Grenze. Ein für deutsche Verhältnisse durchschnittliches Bio-Gut. 800 Hektar für österreichische, immerhin das 15-fache des Durchschnitts. Es gibt die EU-Förderung, das wurde viel diskutiert. Es gibt aber unter anderem auch rund 350 Stück Vieh. Unter anderem für die Fleischproduktion. Das stört viele an der grünen Basis. Verstehen Sie das? Ich glaube nicht, dass das so ist. Ich glaube, dass die grüne Basis einfach wesensgemäße Tierhaltung möchte, Transparenz in der Fleischproduktion, dass Tiere ordentlich gehalten werden, dass es keine Massentierhaltung gibt, dass Tiere für das gemacht werden und essen, wofür sie Gott erschaffen hat, nämlich für Grünfutter, für Heu und für Grasprodukte und nicht für Soja und für Mais aus irgendwelchen amerikanischen, südamerikanischen Ländern, wo man dort virtuelle Landnahme macht. Und hier scheißen sie dann die sogenannten Nährstoffe und versauen unseren Boden und unser Grundwasser. Ja, aber Sie wissen schon, um was es geht. Manche, also Sie treten ja immer wieder auch kritisch gegen Veganer auf, sozusagen. Das muss ja auch wohl so sein, wenn man sozusagen Tiere auch für die Fleischproduktion züchtet. Das ist eben ein Thema, das polarisiert. Nein, das ist ein Irrtum. Es geht gar nicht erst einmal gegen Veganer, sondern ich rede ja von der veganen Lebensweise, was das eigentlich überhaupt sein soll. Und da gibt es für mich ein großes Problem, nämlich genauso wie in der industrialisierten, konventionellen Landwirtschaft und Nahrungsmittelindustrie, künstliche Nahrungsmittel, die meine Oma nicht mehr als essbar erkannt hätte, mit 450 Zusatzstoffen und jetzt von der gleichen Industrie angeboten werden, zu einem doppelten Preis, wie ein Bio-Alpkäse und eigentlich für mich geschmacklich nicht essbar ist und die Welt retten soll. Aber das ist ein kleiner Teil und ich denke, es geht in erster Linie um Aufklärung. Ja, was wollen wir essen? Wie wollen wir essen? Was gehört dazu? Auf der anderen Seite muss man sagen, Menschen, die sich durch ihre Ernährung bewusst mit Weltproblemen haben, die es ja zu lösen gilt und wir wissen, dass wir zu viel und das falsche Fleisch essen, das kann ja kein Fehler sein. Also da muss ich sagen, das ist so und da müssen wir auch hinschauen. Gut, ist ja auch Inhalt jetzt sozusagen Ihres Wahlprogramms. Es geht ja sehr viel um die richtige Ernährung und die richtigen Lebensmittel, dazu kommen wir noch. Bleiben wir noch kurz in Kerkow. Rund 30 Mitarbeiter in etwa aktuell, da sind allerdings einige gegangen, viele wurden auch gegangen. Jetzt einmal ganz grundsätzlich, sagt man es aber, auf was ich heraus will. Würden Sie sich selbst als strenge Chefin sehen oder wie agieren Sie da so? Nein. Aber wissen Sie, also das sind ja Aussagen, die ich getätigt habe. Ich wollte nur nicht fairerweise sagen, das war nicht nur so, dass Menschen gegangen sind, weil sie eine andere Zukunft gesehen haben, sondern natürlich müssten wir uns aus den einen oder anderen Gründen uns auch von den einen oder anderen trennen, so wie das in jedem Unternehmen aus verschiedenen Gründen ist. Ob ich eine strenge Chefin bin, wissen Sie, ich habe so als Quereinsteigerin so früh angefangen, Chefin zu sein, dass ich wirklich, glaube ich, jeden Fehler gemacht habe, den man machen kann, wenn man Mitarbeiter hat. Aber das ist eine lange, lange Zeit schon her und gewesen. Und ich will jetzt nicht sagen, ich bin die tolle, die tollste Chefin, aber ich glaube schon, dass ich in den letzten 30 Jahren sehr, sehr viel dazugelernt habe und gemerkt habe, es gibt eine bestimmte Verantwortung, wenn man den Hut auf hat und dann auch eine bestimmte Verantwortung den Menschen gegenüber, mit denen man zusammenarbeitet oder mit, die unter vielleicht sogar einen macht. Da war ja jene Geschichte, möglicherweise spielen Sie auf die jetzt auch an, vor fünf Jahren in etwa, als Ihnen da von der Firma Daimler da Werkverträge gekündigt wurden. Sie wissen, es ging da um die Zulieferung in den Kantinen in Stuttgart und in Bremen, glaube ich, ist das gewesen, weil die Arbeitszeitgesetze nicht richtigerweise eingehalten wurden. Etwas, was man auch in Österreich jetzt viel diskutiert hat, Stichwort 12-Stunden-Tage und so weiter. Sie haben die Verträge damals verloren. War das eine bittere Situation für Sie? Ja, das war sehr bitter. Das hat mich auch gekränkt. Nur muss man wissen, dass ich ja Teilhaberin bin und nicht im Tagesgeschäft, auch damals nicht. Und dass das leider ein Versagen, ein Fehlverhalten von unserem Betriebsleiter vor Ort war, der ja schließlich die ganzen Pläne gemacht hat, von denen ich und meine anderen Geschäftsführer nichts wussten. Wir haben das zwar gleich korrigiert, aber nichtsdestotrotz hat uns dann Daimler gekündigt. Und natürlich ist das bitter, weil man ja natürlich als Chefin den Hut auf hat. Selbst wenn man jetzt nicht im Klein-Klein steckt und gerade wenn einem so etwas wie soziale Gerechtigkeit wichtig ist und man seine Mitarbeiter gut behandeln möchte und in Augenhöhe begegnen, ist das natürlich doppelt so hart. Keine Frage. Gehen wir es ein bisschen chronologisch durch. Kindheit in Wien, dann eine spannende Phase, würde ich meinen, als Tramperin durch ganz Europa, dann als junge Mutter ein Neustart in Berlin. Unternehmerisch ging es dann so rund um die Wände los. 1989, 1990 dann so wirklich. Catering-Unternehmer, ein Restaurant, eine Bäckerei, eine ganz spezielle, muss man sagen, dann die berühmten Fernsehserien als Köchin. Sie sind Autorin gewesen. Das ist eigentlich eine unfassbare Geschichte an Tätigkeiten. Das wirkt ein bisschen, wie wenn Sie eine Getriebene wären. Ich sage das jetzt durchaus anerkennend. Sind Sie das? Getrieben klingt, als würde ich mich vor etwas hertreiben lassen. Ich würde sagen, eine leidenschaftliche Person, die neugierig ist und immer wenn sie etwas findet, was sie besonders interessiert, dann muss ich dem auf den Grund gehen. Dann beiße ich mich auch fest und dann will ich das wissen. Jetzt könnte man aber auch sagen, man ist leidenschaftlich und ich schon wieder bei der nächsten Baustelle, obwohl die erste noch gar nicht zugeschüttet ist. Ja, das Gute ist ja, dass ich ein tolles Team habe, die sozusagen dann manchmal die Augen rollen, weil ich sage, ich habe eine super Idee. Wir müssen so backen wie vor 100 Jahren. Handwerk liegt am Boden und wird zerstört. Wir brauchen einen Bauernhof, um Transparenz zu machen. Wir führen die Warmschlachtung ein. Und alle sagen, super. Und dann sage ich, okay, dann machen wir das jetzt. Und das machen wir dann jetzt jeden Tag. Erledigen, dann muss ich schon sagen, zum Großteil natürlich andere, weil das auch nicht meine Funktion ist. Aber trotz alledem ist es jetzt auch nach diesen vielen Jahren, merke ich, dass meine anderen Geschäftsführer und meine Mitarbeiter das toll finden, weil wir einfach Visionen haben und das Richtige machen wollen. Und dann macht das auch Spaß und es gibt einem Sinnhaftigkeit in seinem Leben. Und bei mir ist das genauso. So wie Sie das sagen, so ist es ja auch, dieses Autodidaktische, das Sie, glaube ich, auch ein bisschen ausgezeichnet sind. Jetzt haben Sie das Kochen ja nicht an einer Kochschule gelernt, sondern im Wesentlichen im elterlichen Betrieb und viele andere Tätigkeiten, so Learning by Doing-mäßig, einfach auszuprobieren. Das klingt durchaus sehr hemmzärmelig, aber hat man da nicht auch ein bisschen so die Angst zu scheitern, weil es vielleicht dann wirklich am Handwerkszeug irgendwie fehlt? Dieses Ja. Also vor allen Dingen, glaube ich, und das werden viele kennen, die zum Beispiel so wie ich Quereinsteiger sind, da bleibt so eine kleine Minderwertigkeit immer, weil man ja nicht die klassische Ausbildung hat. Auf der anderen Seite treibt einen die Minderwertigkeit auch zu einer Perfektion und zu einer Neugierde, sich etwas zu erobern, damit eben keiner einem ans Bein pinkeln kann. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass Quereinsteiger, die Leidenschaft haben und einen starken Willen, meistens doch sehr, sehr gut Bescheid wissen und für das Brennen, was sie machen, weil sonst wären sie ja keine Quereinsteiger in dem Betrieb. Im Vergleich zu anderen, die mal entschieden haben mit 16, du machst jetzt die Bankenlehre, Junge, oder du lernst jetzt das, weil du brauchst einen sicheren Job. Und das sind dann Menschen, die sehr oft etwas ganz gut machen, aber nicht das, was sie eigentlich in Wirklichkeit von ihrer Persönlichkeit her mit Lust und mit Laune und mit Energie machen. Also so ein bisschen sich treiben lassen, die Flow, sozusagen den Fluss des Lebens anzunehmen und dann sozusagen nachzuhaken, wo es eben opportun erscheint. Naja, es ist natürlich schon, ich denke schon, das will ich auch sagen, Das hätte ich vor 40 Jahren auch nicht gesagt. Wenn ich heute mit meinem Sohn spreche, dann sage ich, du machst eine Ausbildung, du eignest dir Bildung an, denn das ist ein Wert für sich und das ist das, worauf du gut stehst. Natürlich musst du das nicht, bin ich ja auch ein Beispiel. Ich glaube, das ist ja ein gutes Weg, ich glaube, die Schule haben sich irgendwie abgebrochen. Also das war dann schon relativ radikal, dieser Bruch. Und dann kam die Interill-Phase. Ja, ohne Interill. Also ohne Interill, aber Europa-Dingeln. Das gibt es ja heute auch nicht mehr fast, leider. Aber es ist einfach auch ein hoher Preis. Es ist ja nicht so, dass schwuppsdiwupps auf einmal hast du eine Firma oder ein Restaurant oder machst diese Tätigkeiten, sondern es ist ja am Ende eine harte, harte Arbeit. Also meine ersten Schritte in die Selbstständigkeit, das war ja nicht die Vision, ich mache jetzt ein Riesenunternehmen, sondern die Vision, wie kann ich mich selbst ernähren. Ich war davor Sozialhilfeempfängerin, Alleinerzieher. In Berlin war das die Phase, ja. Ohne Mann, ohne Geld, ohne Familie, wirklich am Boden zerstört, auch so, muss ich sagen, auch gedemütigt. Ja, weil ich habe immer gedacht, so wie alle 16-, 20-Jährigen, sie sind, ja, hoppla, hier komme ich. Ja, die Welt wartet auf mich. Und dann mit der Realität konfrontiert zu werden und sich darin zurechtzufinden, ohne Ausbildung und ohne Job, das war natürlich sehr hart. Und das war aber auch eine gute Schule. Auch eine gute Schule als Quereinsteigerin für die Politik. Ja, apropos Quereinsteigerin für die Politik, jetzt sind es ja die biologischen Lebensmittel und die richtige Ernährung. Wir haben schon besprochen, was Sie ja sozusagen aufgrund Ihrer Genesis in den Mittelpunkt der EU-Arbeit stellen wollen. Jetzt sagen aber manche, zum Beispiel Martin Margulis, Sie wissen es, der dritte Landtagspräsident in Wien, auch ein grünes Schwergewicht, ist ewig dabei im Geschäft sozusagen. Da wäre in Wirklichkeit viel Show dabei, Sie können das, auch aufgrund Ihrer Fernsehserien, Sie sind da natürlich talentiert, eloquent und so weiter, aber es gäbe viel wichtigere Themen als Sie. Das ist schon wichtig, die Ernährung, aber was ist mit der Solidarität mit den Ärmeren in der Gesellschaft, was ist mit der beginnenden Nationalisierung in Europa, das gehört bekämpft und das wären die wirklichen Themen. Sprich, verkürzt, viele bei den Grünen sagen, die Themen, auf die Sie setzen, sind sozusagen ich-bezogene Themen, aber das sind nicht die Themen, die die Grünen all in all beschäftigen. Nein, ich glaube, das ist eben auch verkürzt, weil die Grünen Urthemen sind genau Gerechtigkeit, soziale Gerechtigkeit, Friedenspolitik, Menschenrechte, Pressefreiheit. Das sind ja alles die Themen, in denen mein Expertise mit nachhaltiger Landwirtschaft, Biologie, Biodiversität eingebettet ist. Das heißt, ich würde ja nicht für die Grünen kandidieren, wenn ich nicht überzeugt wäre, dass wir Europa als Schutzmantel brauchen. Ich würde nicht für die Grünen kandidieren, wenn ich nicht zu diesen ganzen Werten aufrecht und ernsthaft stehen würde und sagen, deswegen ist diese Wahl so wichtig und wir müssen da hingehen zu wählen. Und zwar für das, was den ganzen Menschen, der Gesellschaft dient und nicht einzelnen Interessensvertretern oder Lobbyisten. Also insofern, was ich sehr begrüße, ist, dass überhaupt die Grünen als Einzige eine demokratische, basisdemokratische Diskussion führen und jeder darf da sagen, was er will. Gut, das würden jetzt die anderen Parteien für sich auch reklamieren, das muss man ganz offen sagen. Aber bei den Grünen gibt es schon die, die doch ganz laut sagen. Es gibt keine demokratische Abstimmung, wer da jetzt ins EU-Parlament aufgestellt wird, nicht. Das ist richtig, keine Frage. Und selbst auch keine ganzen Journalisten und auch grünen Fremden, die kommen können und sagen, so Frau Wiener, jetzt möchte ich von Ihnen auch mal was wissen, wie stehen Sie dazu? Naja gut, also dass wir die Kandidaten als Journalisten befragen dürfen, das ist bei den anderen schon, muss ich ganz offen sagen. Also während der, bevor er die Kandidat vor die Wahl gestellt hat. Ja, gut, das ist, dieser Auswahlprozess ist zweifellos basisdemokratisch. Jetzt sind Sie eben zur Nummer zwei der Grünen mit großer, großer Mehrheit gewählt worden. Man muss fairerweise sagen, es gab auch keine Gegenkandidaten oder keine Gegenkandidatin, aber klarer zweiter Platz. Und viele stört jetzt trotzdem, dass sie sagen, beitreten werde ich den Grünen trotzdem nicht. Sie können das jetzt wortreich wahrscheinlich wieder erklären, das weiß ich schon. Es gibt auch gute Gründe, wieso man sich als unabhängige Kandidatin präsentieren will. Aber es wäre wahrscheinlich ein Zeichen der Solidarität zu den Grünen zu sagen, ich bin wirklich eine von euch. Ich sage es nicht nur so, ich zeige es auch. Aber Herr Koller, ich zeige es ja dadurch, dass ich antrete. Ich habe mein ganzes Leben auf Null gemacht. Ich bin hierher gekommen, ich werfe meine ganze Persönlichkeit, mein ganzes Wissen, meine ganze Zukunft auf den Tisch und sage, ich stehe an eurer Seite mit den gleichen grünen Werten und das beweise ich damit. Und wenn Sie mein Leben anschauen, dann kann man mir vieles vorwerfen oder unterstellen, aber sicher nicht, dass ich keine urgrünen Werte habe. Und ich denke, das ist der Beweis, dass die Basisgrünen auch mich so hoch gewählt haben, weil die sagen, wir brauchen niemanden, der einen Parteipirchel hat und damit ist sozusagen die Plakette klar und wer der Feind oder der Freund ist, sondern wir brauchen jemanden, eine Überzeugungstäterin und jemanden, der sich wirklich bereit ist, in die Sache zu schmeißen und das lebt, wovon er überzeugt ist. Aber Sie wissen, dass es die Diskussion gibt. Also ich zitiere ja nur sozusagen Meinungen auf Sozialmedien. Nein, das weiß ich nicht. Ist schon so. Ja, wirklich. Unter Ihren Journalisten, oder? Nein, nein, wenn man sich bei den grünen Netzwerken umtreibt und Posting-Einträge liest, kommt es eben, aha, ja, schön, sehr populär, wird uns Stimmen bringen. Da sind sich schon viele einig, auch in der grünen Basis. Aber wieso kommittet Sie sich nicht definitiv zu uns in Form einer Mitgliedschaft? Ich gebe es einfach so wieder. Ja, wissen Sie, wenn ich jetzt, nachdem ich dann aufgestellt worden bin und gesagt habe, ich bin an eurer Seite und wir kämpfen alle für das Richtige seit Jahren und jetzt brauche ich einen Parteibückel, um mich moralisch oder ethisch zu rechtfertigen, käme mir ja Verlogener vor, als zu sagen, ich bin die, ich bin, die war ich schon immer und ich werde auch im Übermorgen kein grünes Parteibuch haben. Es sei denn, es wird zur Überlegungsfrage, wenn die sagen, jeder, der kein grünes Parteibuch hat, ist mehr als rechts. Ja, also wenn es dann zu so einer harten Entscheidung kommen würde, wo die letzten Aufrechten gegen die Demokratenfresser aufstehen, dann kriegen Sie in dieser Notsituation auch ein parteipolitisches Birkel, wenn das der Wahrheitsverhältnis dient. Alles klar, ist durchaus argumentiert, habe ich mir eh gedacht, dass es so kommt. Jetzt die vielen Hütte, die Sie aufhaben, das ist ja bemerkenswert. Jetzt kommt möglicherweise ein weiterer Zoo. Ein Hut in Brüssel, teilweise auch in Straßburg, auch das ist ja sozusagen nichts für schwache Nerven. Aber ganz ehrlich, wie viel Sitzfleisch, wie viel Zeit, wie viel auch quasi operatives Engagement bringen Sie für den neuen Job wirklich mit? Naja, mein Hintern ist schon ziemlich dick, würde ich sagen. Gut gepolstert. Für mich ist es ganz klar, dass ich als Quereinsteigerin diesen Auftrag für die Gesellschaft nach Brüssel zu gehen nicht eher auf einer halben Popacke absitzen kann. Also entweder, wenn ich gewählt werde, werde ich nach Brüssel ziehen und werde ein Airbnb in Straßburg haben, die eine Woche bei zwei, würde ich ein bisschen übertrieben halten. Möchte aber natürlich trotzdem mal in der Uckermark vorbeischauen und muss natürlich da, was heißt muss, möchte natürlich auch in Österreich sein. Aber tatsächlich mit Wohnung in Brüssel und faktisch Lebensmittelpunkt ist Brüssel. Ja, natürlich. Also ich werde mein ganzes Leben umwälzen, aber ich bin ja schon dabei. Also ich mache es ja gerade schon. Also ich bin in einer Situation, leider schaut es ja für die Grünen in Österreichs nicht so rosig aus. Ich bin ja nicht auf einem Platz, wo man sagt, wir nehmen die noch als Maskottchen mit, weil wir haben jetzt noch fünf Plätze zu besetzen, sondern was wir machen, wir kämpfen ums Überleben und für Werte, von denen ich finde, dass die im EU-Parlament vertreten werden. Gut, also ich halte fest, der Umzug nach Brüssel, das ist ein klares Statement. Kommen wir zu dem Platz, es ist ein Kampfmandat. Das erste Mandat scheint ziemlich fix, das zweite erscheint, ich sage einmal, möglich und das dritte, das es jetzt ja auch gibt, erscheint vollkommen unrealistisch in weiter Ferne. Es geht also ums zweite Mandat, um das für Sie jetzt im Prinzip kandidiert sind. Es könnte aber sein, dass aufgrund des Vorzugsstimmenwahlkampfs, der bei den Grünen ja immer sehr hoch gehalten wird, das ist ja auch sein Dogma, Sie sozusagen den Listenersten sogar überholen, Werner Kogler. Und sollte es dann nur zu einem Mandat kommen, sitzen Sie in Brüssel und nicht er. Tag, nein, nein. Also es wird so sein, dass die Grünen die Grünen wählen werden und Werner Kogler ist unser Spitzenkandidat und der gehört unbedingt nach Brüssel und wenn sich dann ein zweites ausgehen wird, dann werde ich mit ihm nach Brüssel gehen. Also diese Arithmetik, es könnte sein, ist doch sehr, sehr unwahrscheinlich. Er hat uns vor kurzem hier selber gesagt, es zählt ganz klar das Vorzugsstimmenprinzip. Ich weiß nicht, ob er sich das selbst jetzt in dem Moment auch gemeint hat, aber erst vor wenigen Tagen war das so. Und wenn Sie mehr Vorzugsstimmen als er haben, sind Sie vor ihm gereizt. So ist es relativ einfach. Ja, ich freue mich nach Brüssel zu gehen. Aber ich würde mich noch mehr freuen, mit ihm nach Brüssel zu gehen, weil er ganz andere Themen besetzt und einfach extrem wichtig ist. Er ist zwar auch wichtig in Österreich, aber ich sehe das realistisch so, entweder werden wir beide gehen oder er wird gehen. Okay, aber wenn Sie mehr Stimmen hätten, würden Sie es dann trotzdem annehmen, den ersten Platz? Okay, also Sie brennen voll für diese Geschichte jetzt. Ja, also das ist ja kein Spiel hier. Ich bin ja keine 20, die sagt, ich mache mal eine Tour durch Brüssel, weil Brüssel so schön ist, sondern ich bin ja da so gewillt, meinen ganzen Lebensweg und meine Themen nochmal auf eine andere Basis zu stellen, weil das die Themen sind, die mich schon seit Jahrzehnten umtreiben. Und wenn man mir jetzt anbietet, willst du diesen Ball fangen und wirklich auch etwas versuchen zu verändern in der Politik, das, was dich immer schon interessiert hat, dann werde ich nicht sagen, nein, schieß mal ins Aus. Also insofern ist das eine Möglichkeit, die kann ich gar nicht ablassen, aber es ist auch klar, dass es extrem viel Verantwortung ist, weil ich ja gewählt werde von der Gesellschaft, die dann erwarten, dass ich mich auch ins Zeug lege und zeige, ob das denn alles so ist, was ich sage und ob ich mich auch engagiere. Das ist auch eine Verpflichtung. Ich sage auch nicht, das ist jetzt auch nicht im ersten Moment, ich hätte mir den Job selber nicht ausgesucht. Ja, also ich wollte nicht unbedingt ins EU-Parlament. Aber es gibt auch Dinge, die, ich will da jetzt keine gläubigen Sätze sagen, aber ich denke schon, wenn mich das Universum da jetzt hinstellt, dann werde ich das machen. Okay, klare Ansage. Also wenn sich irgendwie eine Chance ergibt, sei es auch nur durch die Umreihung, Sie sind in Brüssel und damit ganz klar die Vertreterin der Grünen, so sich das ausgeht. Ja, na klar, das ist ja die Aufgabe. Ja, fand ich gut. Aber die Aufgabe sind auch zwei Mandate und mit Werner Kogler zu gehen. Und man muss auch ganz klar sagen, das ist die realistischere Reihung. Also die Leute müssen einfach grün wählen, wenn sie wollen, dass grün in Brüssel ist und wenn sie wichtig finden, dass Klimakatastrophe, Nahrungsmittelwende, nachhaltige Landwirtschaft und Biodiversität Themen sind, die endlich angepackt werden. Alles klar, haben wir untergebracht. Aber klar war auch, sie auf jeden Fall, das ist sozusagen der neue Lebensmittelpunkt und der ist schon eingerichtet mit einem Umzug, möglicherweise. Sarah Wiener, genau zwei Monate minus einem Tag. Seit ihr ist noch am 26. Mai, wird die Wahl geschlagen. Alles Gute dazu und danke für den Besuch im Studio. Vielen Dank, Herr Koller. Ja, und Ihnen wie so oft danke für Ihr Interesse. Wir werden noch viele andere Kandidaten in nächster Zeit bei uns haben. Es wird spannend. Zwei Monate, dann gehen wir zur Wahl. Gehen Sie ebenfalls hin. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Auf Wiederschauen. Auf Wiederschauen.